Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die Ikea Bester Schublade sanft schließen einbauen und somit natürlich auch das Schubladensystem richtig einstellen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich diesen Schubladenkorpus vom Bester schon mal richtig aufgebaut und möchte jetzt natürlich auch das Ganze noch mit diesem sanft schließenden System richtig vollenden. Hierfür sollten wir uns natürlich erstmal alles ordentlich auspacken und schön auf den Boden verteilen, dass wir auch einen sauberen Überblick haben. Zuerst einmal müssen wir in die Anleitung schauen, dass wir auch die richtigen Abstände der Schiene herausfinden. In meinem Fall habe ich zum Beispiel die Schubladen mit der großen Front, bedeutet ich muss mich auch mal nach dieser Zeichnung hier richten und die Löcher einfach von unten nach oben abzählen. Das Ganze ist jetzt bei mir kein Problem, da ich meine erste Schiene sowieso ganz unten hier in die ersten Löcher hineingeben werde. Zuerst einmal benötigen wir pro Seite jetzt so eine kleine stumpfe Schraube hier und nun geht es nämlich darum, dass wir mal unser Schienensystem mit dieser Schiene hier hinten auch richtig zusammenschrauben. Hierfür nur darauf achten, dass die Schiene mit diesen wellenförmigen Zeugen nach unten schaut und dieser kleine Haken, der muss auch in unsere Richtung gehen. Bedeutet, da kann ich jetzt nämlich auch schon mein Schienensystem ganz einfach drauflegen und darauf achten, dass auch dieser Haken bei dem System nach hinten schaut. Danach müssen wir eigentlich nur noch richtig abzählen, bedeutet mal hier ist das Gegenstück, wo ich gleich diese Schraube auch reindrehen werde. Und hier hinten, da haben wir die Löcher und da müssen wir einfach nur darauf schauen, dass wir von rechts mal gesehen das zweite Loch verwenden, wo ich das Ganze jetzt gleich auch entweder mit einem Schrauben drehe oder wie in meinem Fall mit einem Akkuschrauber, den ich gerne für den Möbelaufbau auf die Drehmomentschufe 5 stelle, richtig festdrehe. Danach benötige ich pro Seite zwei solche kleinen spitzen Schrauben, die einen relativ großen Kopf haben und da muss ich einfach darauf achten, dass ich das Ganze mal hier hinten in meinem Schrank festdrehe und von hier vorne das dritte Loch verwende. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel natürlich auch. Wenn alles passt, kann ich meine Schublade auch schon mal in die Schiene hineingeben und da müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass wir bei unserem Schubladenkorpus hier hinten jeweils so ein Loch haben und dieses Loch muss auch in den Haken hier hinten bei der Schiene richtig reingehen. Hierfür am besten wirklich die Schublade mal etwas schief halten, schauen, dass sie auch richtig in die Führung reingeht und dann kann ich nämlich mit einer Hand auch schon mal hier hinten reinlangen, das erkennt man in der Kamera leider relativ schlecht und jetzt schaue ich einfach, dass ich mal den Haken per Hand auch in dieses Loch auf beiden Seiten ganz einfach hineingebe und lasse meine Schublade auch schon vorne nach unten. Normalerweise ist dieses Plastikbauteil auch ganz zu unserer Front geschoben, wie in meinem Fall und dann geht die Schublade nämlich wirklich von alleine hier in die entsprechende Nase hinein und damit das Ganze jetzt auch gesichert wird, können wir dieses Bauteil nämlich einfach mal nach hinten noch klipsen. Auf der anderen Seite natürlich auch machen. Wenn wir am Ende dann mehrere Schubladen übereinander eingebaut haben, kann es einfach sein, dass der Abstand bei den Schubladen zum Beispiel auf der einen Seite etwas größer ist als auf der anderen Seite und dann müssen wir natürlich die untere bzw. obere Schublade von der Höhe her auch noch verstellen. Hierfür am besten einfach mal die Schublade wieder ganz öffnen. Die Plastiksicherung kann ich ganz einfach mit meinen Fingern mal wieder lösen und danach die Schublade einfach etwas anheben, denn da erkennen wir jetzt auch schon diese Nase, die ich entweder mal in die eine Richtung etwas nach oben drehen kann, wodurch natürlich die Schublade dann auch etwas höher ist oder ich drehe es wieder einfach in die andere Richtung, wodurch die Schublade dann wieder etwas runter kommt. Danach einfach wieder runter lassen, Plastiksicherung rein und dann haben wir nämlich unsere Schublade sanft schließend auch schon richtig eingebaut und vor allem auch richtig eingestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so ein bester Schrank in den verschiedensten Varianten, einen Schubladenkorpus oder natürlich auch passende Schienen dazu zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.